Ich kann dir genau sagen, was der dritte Dokumentant ist. Das wird der vorgenagte Typie sein. Oh yeah! So, guten Abend. Jetzt dritter Versuch, Folge aufzunehmen. Mit dem selben dritten Gegner. Ja. Und zwar Alka. Da war eben schon scheiße. Mal gucken, ob er immer noch scheiße bleibt. Ah, das war mir jetzt. Ich kann SimCity. Ey, Pirshing! Was ich immer noch scheiße finde ist... Was liegt denn hier rum? Was ich immer noch scheiße... Was zum Fick? So? So ist Fick. Also jetzt müssen wir die Beleidigung ein bisschen runterschrauben. Jedenfalls. Ich hab's vergessen. Achso, genau. Das wollte ich nochmal in der Aufnahme erzählen. Als ich einen Logitech-Treiber installiert hatte, fand ich auch irgendwie so bescheuert. Ähm... Ich meine, jetzt ist das... Ups, falsch rum, falsch rum, falsch rum. Äh... Ich... Ich... Ich wollte gerade ernsthaft meinen Sturm-Pionieren... Äh, meine Sturm-Pionieren... ...bauen. Ich so, hä? Warum hab ich hier auch geteilt? Wo ist das hin? Ich kann den Göring machen. Luftnahe Unterstützungskraft. Ich mach wieder Goliath. Oder Elite-Panzer? Sturm-Unterstützung? Hä? Ich weiß es nicht. So many possibilities. Ah, Fett ist unten. Fett ist kompetent. Ich krieg das unten auch gehalten. Ja, Fett ist gerade von unten immer wieder rein schlagen. Warte, jetzt mal einen etwas anderen Build-Order. Das wird unser Territorium. Hm, ich schau, was geht. Ich überleg gerade. Wir sind doppelt hier rein, das mal, aber... Ja, sehe ich auch gerade. Okay, ich hab ein Army bei mir oben. Wird ja lustig. Da sind ja auch zwei Armeen und ein Ruski. Ja, ja. Da sind ein Army und ein Ruski bei euch. Also anders gesagt, ich hab ein Army. Hätte ja auch sein können, dass da zwei Amis sind, dann hätte ich eine Ruski. Ja, das hätte ich ja auch vorher sagen können an den Hauptquartieren. Fett, pass auf, hier irgendwo läuft ein Dings Army rum. Oder Russe, der könnte dann im G flankieren. Ein Army-Russe. Am Rusk. Nicht? Ich konnte Hilfe brauchen in der Mitte. Ach, ich weiß es schon. Mit zwei? Nee. Aber schon. Der Trick ist, du lässt ihn schießen und dann schadst du die Fähigkeit. Dann schießen zwei Menschen hintereinander. Ja, wusste ich gar nicht. Und er hört immer wieder was Neues. Was, wo, wer, was denn? Mit dem Mörser. Ja, du lässt ihn auch normal auf den Feind schießen, wenn die Animation startet. Aktivist du die Feuerfähigkeit. Weil es aber die Animation schon startet hat, macht es erstmal die Animation fertig. Aber in der Zwischenzeit der Cooldown für den Feuer, also die Brechnungszeit im Ende, ist schon getan. Und dann fällt er sofort auch ein Zeitschuss an. Fun. Also zumindest passiert das auf uns bei mir so. Erstmal in einem Ami, der im Boden liegt. Kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla-kla. Boah, das ist rechtfertig. Boah, das trägt mich so auf. Ich bin überlegen. Okay, der hat noch eine Granate dazu. Das ist blöd. Hallo, raus da. Naja, der Neibergotsch hat nur ein Geh, verlagert sich doch da. Boah, ich bin im Haus. Es ist ein Haus. Ja, aber trotzdem schießen mit nur einem Gewehr aus dem Fettcher raus. Was gut. Soll ich Panzertaktiker nehmen? Das ist ja eigentlich... Ja, nee, komm, ganz nett. Panzertaktiker ist halt immer so geil, ne? Was ist das Problem eigentlich? Ah, Arnie hat diese Wagen von Herzen zu erlaubt. Ganz offen die Minen legen. Das konnte ich mal richtig gut. Produktionserweiterung abgeschossen. Hä? Könntest du bitte endlich mal Bescheid treffen? Wir sind bereit. Jawohl. Ziel wurde neutralisiert. Yay. Ich muss auch einsetzen. Genau. Ah, da sind die Sitze. Schieß drauf! Ah, nee, der kommt ja ganz zu mir runter. Habt er. Achtung fett's. Ja. Im Nahkampf habt ihr doch Vorteil. Ne, ich bin, äh, acht, wenn, äh, so viele Leute drauf verdauen. Mach ich aus. Also, man, äh, ich muss immer wieder merken, Rauch vom Mörser ist, äh, gegen ihm geht's viel effektiver als normal drauf Mörser. Ja, ist auch. Was ist das, du bist, ähm, schön eine Knappe mit dem Gang. Bum, 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 bum. Gieß das Haus, es ist mächtig. Oder mein Typ inkompetent. Hab schon. Wer hat Bock auf den zweiten Treibstoffbohrung? Ich. Ja. Hab einen. Ich hätte einen dritten, aber haben wir noch recht. Ja, ist das ein dritten? Also, ich würde einen dritten haben, aber haben wir schon noch recht. Haben halt auch nicht gekauft. Kommt, einer. Der Russki steht dort. Okay, ja. Komm. Brauche ich. Das brauche ich. Komm, 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 raus. Komm, 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 raus. Was ist noch? Komm, komm! 30, scheiße. Oh, ne, die haben da einen Flakkorbzeug. Ja, ja. Ich seh's. 140, ich will die Gründung wieder. Recht oben. gleich in 222 Moment, ich will noch nach außen greifen Wiiiiiii Wird man da so langsam ein Püppchen bauen Ah, direkt jetzt einfach Ah, okay, ziehen wir raus wieder Oh nein, nein, wir haben reikert, wir haben reikert Das Flakfahrzeug steht mittlerweile da Äh, er raus Ein Siegpunkt mehr für die Finde ich sehr gut Wo ist der Zweite? Blöden Sandsäck für die Ami-Signal Oh, Stabamin Und welche Vertrieggruppe habe ich verloren? Oh, moin Ich hab weiter mörsern Zack Wo hast du denn hinten, ne Mörser? Ja, alles klar Nein, 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 nein Ach, komm, nie, dass man wirklich mein Ding aufbaue, ihr Schweine Nee, Fertz, ich krieg da keine, äh, zwei raus 35, schluss Alter, was ist das denn für ein Blob? Ja, moin Ja, gut, ich werde überrannt in der Mitte Von was? Von, vom Wissen Und vom Army, der Also nicht von meinem Army So viel wie der hier rüber So viel wie der rumlaufen hat hier Ich hab zweitkoppel Äh, Non-Imm-De-Flang Ich brauch Hilfe Darf ich anmerken, dass Master Chief immer der einzige ist, der nach Hilfe schreibt? Ja Und der nächste Gruppe, der tot ist, oder? Ja, ich bringe ne Pack jetzt ran, und der nächste Gruppe, der ist tot. Ganz massiv. Die, 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 die jetzt schon längst, hat ewig ein Raustritt. Ja. Ich weiß. Ich brauche mehr Munition. Und das klaut der mir jetzt auch die... Ja, deswegen, weil... Okay, jetzt. Nee, dann. Wie ist die Späteraktion bei sowas? Ja, moin. Wie viel, wie der denn noch hierhin bringt? Guck dem an, wo er einen Mörder hinbringt. Ah, ich seh's, ich seh's. Ach, da fällt mir ja was ein. Ja, so, ein bisschen zu uptaken, und vielleicht mal. Ahahahah! Okay. Wir sind für dich schon mal ne Pack. Du hast jetzt ne Pack. Die baue ich direkt ab. hübschen habe ich war ich hab jetzt hat sich der russe rausgezogen ach das ist der der ist anscheinend kompetent ich verschiebe meine truppen wieder zu also ja ich hab mein truppe den kürzen ich glaube ich habe irgendwie den Lappen erwischt von denen und schwach sind wie wenig damage die deutsche granaten machen ich hoffe das fixen die einfach noch mit dem update das ist sehr unterschiedlich wie viel damage die machen ja das ist aber bei den Amis ist das grau das war das Problem normalerweise von ganz drecken ein Meter umkreis das ist ja 100% damage aber schließt hier gar nichts davon bei den Deutschen natürlich jetzt kommt der Russe zu mir ja ist klar das ist das ist so eine sache du musst wenn er die granate auf dich wirft muss in der deckung stehen bleiben ja jetzt habe ich ein Problem ich wollte Master Chief helfen jetzt verkacke hier du hast du hast mir ein ding geschmissen was habe ich du hast ein mit einem bisschen geholfen ja aber soweit ich halt machen wollte allein schon und krieg es aufs maul alles der Master Chief nicht mehr helfen gut dann kannst du dich begrüßen wenn der große von hinten kommt der hat mich doch in Ruhe gelassen was willst du er war oft es werde ich hier fertig gewesen wäre die reinkommen laufen ich habe einen tipp weißt du wie man das verhindern hätte können kriegt deine front zusammen ich bin zwei spieler die ganze bei mir sind einer das war zwei die ganze Zeit jetzt kann das sogar überzeugen will ich bewegen will ich den bewegen sonst wird es eine granate ich habe schräg ziehen mal da so weit muss es jetzt kommt der auf die idee mit rauch halt zu angieren was ist denn bei dem passiert hat er nicht wieso kriegt er denn das ist russen entgegen mehr range als du sicht hast das haben viele waffen ja ja aber als russer doch nicht extrem weißt du der steht von dort und hat bis dort range ich kann nicht gucken ich dass man häuser nicht reparieren kann das geht mir ein bisschen auf den sarg ich weiß nämlich nicht warum schaut euch dieses haus an äußerlich geht es dem noch top bewegen nicht stehen bleiben der wird weiter auf die schluss nicht stehen bleibt mit der einheit ist es deine art nein ich meine art aus das ist manchmal dass die kacke ja ist klar ist manchmal die kacke an dem trupp system einer von den drei gekriegten mg auf die nase auf einmal der ganze truppen lebt er bleibt liegen wir sind unterwegs in bewegung Nein, hier dürfte in einem G stehen, wenn du das Mörder meldest. Ich mach 1 zu 1 vor auch. Ob ob das Nerven laufen. Der Mörder ist ja mal richtig hochmotiviert. Wo kommt der? Wieso haben die einen Panzer? Wieso haben die Gegner einen Panzer? Arti, Arti. Warum haben die jetzt schon einen Panzer? Ja, ist klar. Ah, das ist die schnelle Einsatzbereite Parti. Ich habe ihn ausgewählt, er gedrückt, er ist gestorben. Der hat sich noch nicht mit bewegten Rückzug zu machen, was ist denn das? Das sind die Granaten der Alliierten. Nein, nein, der hat sich halt gar nicht bewegt, das ist ja das Problem. Ich habe noch mal zu sehen. Ach, schießt du nicht? Hast du irgendwie keinen Bock? Ich habe zwei Panzerbauten. Ich sehe noch ein, kriegst du zwei. ja ich sehe zwei was zum geier ich laufe erst mal komplett nach hause jetzt wenn du ne pack hast du mal schön einbringen ich habe einfach so gut dann kam der dumme russe dann haben die freien nation dann in den pack bitte die ist fast tot die kann nix ja genau so ein panzer abgestecken jetzt fehlt mir die manpower für den panzer ja ich schau schon an oh jetzt kommt doch was zu ach gewibed wenn du das an hier steht der russenpanzer jetzt fährt er ja genau steht immer noch der repräsentiert lässt sich reparieren ausgleiche ach ja genau ich habe keinen mörser mehr damit sogar mitgenommen ich glaube ich habe gleich ein panzer ich baue meinen hetzer ein jagdpanzer ich bringe noch ein püppchen zu dir hoch weil die jetzt mit drei panzer hochgefahren kommen das lustige ist besser gesagt das traurige finde ich eher dass der wirklich manchmal also dass das dass der jagdpanzer vier manchmal wirklich abprallt obwohl wir dann hier bitte irgendwie sorgen das sind nur die das ist oder ja natürlich woran ist jetzt wohnst du jetzt gestorben hier unten ist er gestorben weil ihr das pferd gegessen hat weil ich weiter ich drück aufs maul so viel zeug zu reparieren und kriegt dann auch wie kriegt er noch achten hat sein püppchen auch mal wieder bemannt ich brauche gerade um reparatur zu können was machst du da fahrer weg dein panzer hat ja wohl doch genügend ja ich weiß fahrer weg du musst ein jagdpanzer der nach oben guckt der hat an der seite zu stehen ich hab vielleicht in der seite zu stehen ich hab auf dem frontalangriffskurs zu spielen nein genau hier eben nicht doch zu einem bisschen weiter hinter dem panzer aber achtung da kommt was runter was du hast gar kein zweites akku oder das ist das zweite in der linie ich achte jetzt mit 22 2 wieso haben wir eigentlich immer so viele panzer als russen sind ich habe keine augen und hat schwere schützen hier das mg abbauen wir müssen weiter ja wie hat denn er sich nicht weiter die die Oh, da kommt ne Panta-Offensieger. Was zum Fick, wieso? Ich das hasse. Oh ja, alles klar. Ne, Panta ist tot, weil die halt nicht durchblütschen. Ich wollte gerade meinen zweiten Panther aufs Feld bringen. Nein. Oh. Der bleibt stehen. Ich will die inzwischen zu schnell alle hier ab. Ich muss die Dinger nur aufgelenzen, dann haben wir ja. Gutzeuge machen, können wir uns jetzt erstmal. Da hat wahrscheinlich meine Pack auch wieder geklaut. Und Pärschen schon da, Pärschen schon da. Ich hab gar nichts gegen den. Gar nichts. Mein einziger Panzer wurde gerade vernichtet. Zwei Pünppchen habe ich zwar noch. Aber es ist zu viel Nütze. Na dann, du musst es jetzt oben mal deine halten. Ja, das wäre kein Problem, wenn das nur ein Spieler wäre. Komm schon, komm schon. Ich kann nichts für dich tun. Ich meine ausbauen, aber ne, ne. Hab ich dir selbst gesagt. Ja, da wird die 3. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 2. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Bei einem? Mach ich gleich, also ich hab dir eh schon eine Truppe Ja moll, was ist das? Oh, schon wieder! Mein Schweres-O-KT wird halt so hart gemodelt Weil das ist auch unsere Däufigkeit, wenn du dich reparierst Ich hieß mal, wenn ich die Truppe schickle, der ist mit einem Schuss tot Deswegen musst du mal drauf warten Ach, äh, ich merke grad, mein... meine Pack lebt ja noch Er ist tot Ja, was zum Fick Du bist doch nicht euer Herr Ich hab doch nicht vorgeworfen, dass er ein Fasching ist Ja, ich hab dir gesagt, dass er ein Fasching da oben ist Und wir mördern wie dich Was? Ja, was passiert hier zu verschwinden? Haha Noch zwei Sekunden, weil kann ich... Kann ich super laufen? Boah Ah Ah, die Schu... Die Schweine Ihr Schweine Ich hab Kenny getötet Warum ist das so? Ja, doch so was rum Echt, das ist der fucking Russe, der mich hier kaputt schlägt? Und dann noch weiter zurück Und dann noch weiter zurück Und dann noch weiter zurück Ich weiß, wie das dauert Ich weiß, wie das dauert Ich fucke, die würde auch mal schießen Nein Mein Panzer hat überlebt Mastisch, wie hast du jetzt ein Hauptquartier? Nein, überhaupt nicht Irgendwann ist es mir schwer, dass es eigentlich gerade abgelissen wurde Dann werde ich jetzt das überbauen Dann werde ich die Pleniks hier mitzupen So, ich werde jetzt zumindest... Wenn du oberst Damit es was erobert Ich weiß, wie halt nicht, warum wir in den Future nur auf Panzer schießen können Und nur, wenn die aufspotten Und jede andere Fakt zu können Wir sehen zwar nicht da unten Weil die Stuckas, die, die Deutschen haben Die nicht selbst aufgehend sind Das ist eins von Die Typhons, die die Briten haben, sind selbst aufgehend Das ist halt so ein Schwachsinn einfach Das sind halt alles Features, die erst später hinzugefügt wurden, das merkst du Leider Guck mal, wie er 120 Munition einfach verschwendet Guck mal, wie er 120 Munition einfach verschwendet Guck mal, wie er 120 Munition einfach verschwendet Guck mal, das ist eine Mieten weg Guck mal, das ist der Vermiet Echt, ich merk dir, der Ami Und der, ähm Große haben die Position gesetzelt Guck mal, wie er 10 Aja, oja, oja, oja M'och transfieren Ich brauche deine Stumpioniere zum Reparieren Ich war doch grad das Hauppertil Ja, trotzdem laufen sie grad an die Front ja sie musste kurz noch was abwehrt und da ist nicht nur da ist der jährlich ist hier ist bereit wir verschwinden wir müssen los was beschwert er sich denn ja wahrscheinlich wenn wir zu lause ins für mich fühlt sich eher an als dass der also der obere russe hat der russ der mich jetzt bekämpft er ist für mich eigentlich der hauptgegner er kommt mit der er kommt in der mitte mit dem iso mit dem ds das macht sich damit ich habe Nonne rein aufklären Ach da sind es zwei Russen Ich habe nicht die Kapazitäten, mir noch mehr zu leisten, weil ich gerade auf dem Phoenix-Sieger noch sparen Schön aufklären, weiter rein aufklären Ja, der ist, werben es fast, werben es fast, gar nicht fast Nein Ach, komm Ach ne Was, wo kommt das denn? Ach da, schau dir scheiße an Guck mal an, fliegt knapp Ja, wo ist mein zweites Park da? Park, park, raus, 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 wo die Schuhe ist, raus Tiger ist auf dem Feld Hier ist es gleich zerstört Wo ist er denn? Ach da hinten, ah wunderbar Zerstört Ja Zerstört Geil Boah, die Pack hat das gebrüllt Die ist zwei, ist kaputt Hier ist irgendwo der Plushing Sag nicht, ich hätte dich nicht gemacht Ja, mein Tiger hat das denn irgendwie herzlich wenig interessiert Tiger benötigt Befehle Schützen hier Unter Embiidmacher Ja, meine zwei Dings Ach, das sind jetzt meine gleiche Schütze Die einfach nur Posse an der Base stehen Achtung, dein Tiger, noch ne Ja, ja, ich seh's Komplett allein, ohne Vetter wie vorne Ja, komplett allein, also da oben steht Pink Tiger ist jetzt auch dazu gerufen worden Alter Ich bin doch tot Tiger Danke Panta ist natürlich wieder einsatzbereit Jetzt gönnen wir uns das mal Achtung, Achtung Stuka startet mit Angriff auf den Feind Alter Festgenagelt Ach, das Haus kaputt Nice Wunderbar Hey, wir haben uns gut zurückgekämpft Wofür, dass wir so Ort aufs Mall bekommen haben Einer von denen ist halt überhaupt nicht gut, das ist es Ah, da ist der Flushing Bedingt sich zu neutralisieren Geben wir Geben wir, hier muss Herr Radler sehen Ja, ist es klar Ich bin fast tot Ja, fast schon, ich setze das so raus Das sind meine Flugzeuge, die da, äh, save the day gemacht waren Alter Diese Zwei, 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 zwei Kleiner Scheiße Kannst du mal mit Irgendwann Leicht Wie ein Panzer ab Den du oben hast ich bin es halt lustig diese sprüche sind wollen halt immer recht passend sein auf das was die beschießt aber es stimmt halt nicht mehr seitdem so viele fraktionen drin sind es trifft ganz ehrlich eine russenpark würde das treffen ich habe mir lieber meine panzer kann es aber jetzt hinten zum hauptquartier fahren da kommt gerade noch wieder raus wegen alter scheiße das ist ein dummes hauptquartier sein bei der marschel und zu dem setzten wo ich das roboter war sind sehr gut aufgehoben das ist mal wieder so für den arsch an die hirtengranate und seine etwa in sekunden das sind ja so normale granatensäure das ist das auch wieder hat uns frische panzer können feindliche einheiten sich auf unser territorium und sagt 19 panter ein bisschen weiter zurück schon hier wird es endlich mal schließen danke und jetzt raus da raus da raus da mach schief raus da rücken raus bereit ausrücken pionier hier entlang rücken raus rücken raus rücken raus rücken raus Du willst deinen Zieger reparieren anstatt kurz an meinen Motorschaden? Der Motorschaden geht ganz am Ende weg. Nein, schau dir an, der hat doch volles Leben. Mein Zieger hat wesentlich knapp und bestückt als dein Ding. Es geht immer weitaus schneller den zu reparieren, dann habe ich wieder einen einsatzbereiten Panther. Ich kann den nicht benutzen so. Ich ziehe den Panzer noch weiter zurück. Rücken kann mit der Suche mächtig rein. Oh oh. Auf! Oh fuck! Sie sind alle der Bier! Boah! Ich komme, ich komme! Oh. Oh. Scheiße. Nee. Aber im Sitz, niemand hat es eingestellt. Oh. Ich baue mein Deck ab. Muss wieder... Oh nee. Direkt abbauen. Jawohl. Nee. Doch echt, der hat nicht wirklich meine Park. Die klauen mehr Zeug, als dass sie selbst produzieren. Sie sind wirklich die Grenze. Die waren zu immer wieder zusammen. Aufhören zu kämpfen. Das mag ich gar nicht. Tööööö. Ausfall Bleibt bisher Tiger Oder Waffen abbauen Was willst du sagen? Abwaffen, Waffen abbauen Das ist tot abbau täglich, kann das sein Besser als wenn die Armys sich just rappen wieder Wieso ist der da auch? Alter! Der steht hoch Der maximal hoch Oh, gekehrt den? Ja, hab einen Trupp gekehrt von den Rangers Was willst du da mit stehen? Raus da Wurde die sind schon auf dem Weg Also, Ressourcen mäßig hab ich grad genug Ich bräuchte echt eigentlich wieder Munition Wie immer Ist das nicht Ressource? Ja, ich meinte eigentlich Manpower und Treibstoff Wollte ich doch nicht ahnen, wenn du Ressource sagst Na verdammt, hat's bemerkt Boong Ich bin hier zu Oh, ne Pursche fährt dafür durch Wäre traurig, dass, äh, zum Beispiel so was wie ne Panzerabwehr größere Reichweiter hat als ein Königsdier Stuka Angriffsflug startbereit Schützen in Bewegung Ja, der Pursching macht sich für die Mitte breit fetz Wie können wir helfen? Ja, aber das sind noch zwei verdammte Jacksons Die nervig sind Was lustig wär, wär, wenn, äh, das So, der Tiger sich transformieren würde, wenn der drei Sterne hat Dass er dann zum Tigerast wird und dann nochmal leveln kann Ah ja, boing Wart du Willst du noch mal, noch bisschen mehr aufzurufgehen? Du musst zurück, oder? Komm Du musst, den Tiger musst du erstmal auf drei Sterne bringen Boong Alter, direkt fliegen Fuck Ja Na Du schießt mit einer MG auf einen Tiger Du schießt mit einer MG auf einen Tiger The Pew nimmt Tiger Power Wer was am Tigerin macht? Ich hab das Gefühl, der fühlt sich besser an als sonst Er fühlt sich besser an Ja, 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 jetzt komm, ist doch nicht dein Ernst Das ist mein MG überhaupt Das ist mein MG überhaupt Ich meine, ihr kennt doch auch alle, äh Im Prinzip das Schussgefühl in dem Shooter Auch wenn das jetzt mehr so hier klingt Mhm Eben Kann sich auch so eine strategische Einheit wie der Tiger an Verschiedene Emotionsgeladen spielen Wir sehen Ja, ist klar Voller Moin Hallo Würdest du vielleicht nicht mal Ja Fuck, 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 fuck Ja, Tiger ist tot Weil halt diese Scheiße Pershing ist tot aber Ja, toll, mein Tiger hat zwei Sterne, was war wohl wertvoller Der Pershing, würde ich sagen Nein Wir nehmen das für Deutschland ein Zum Ziel Du musst jetzt fast drei Minuten auf neuen Tiger warten Und wir haben musst dir auf seinen neuen Cushing warten Auch drei Minuten Und wir können aber aufs Bein noch Ähm, äh, Fuel rausziehen Du kannst das Und ich brauch kein Fuel Ich brauch Muni Ähm Kennst du das Problem? Dann bauen Muni Punkte Wo? Der nicht nach, nach irgendwie Ein bisschen Frontverlauf Wieder Hololulu endet Ey, das ist ja echt nervig, immer wieder Was mein Kante ist Ich hab' jetzt mit Einsatzbereit 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 Boom Raum schon Um Willst du mich verarschen, wieso kommt der raus? Danke Oh, Mann Was macht denn Pantor da? Keine Ahnung, keine Ahnung was der macht Oh Ich frag' mich, ich frag' mich solche Sachen zum Teil gar nicht mehr Achtung, hier unten kommt wieder der Armee, äh, 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 Panzersportverplop Echt, ich ver- Der ist tot Der Drei-Sterne-Trupp ist tot Der, den ich nicht, nicht Der, den ich hätte verlieren und der stirbt Der Drei-Sterne-Truppen Zierterne, der Drei-Sterne-Truppen Wie ist das denn? Der Drei-Sterne-Truppen Ja, erstmal, der, guck dir's mal an, guck dir's an ja ich will auch noch ein bisschen ich habe jetzt erst mal ein püppchen hat jemand von euch aufklärung dabei ich nicht bei einer von euch einen panzer ab der werfer bauen also ab dem werfer gegen diesen plopp an amm dazu habe ich eigentlich das flugzeug alter mal gucken was passiert jetzt komm 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 ja jawoll ich dachte er wäre noch ein bisschen weiter auf mich zu marschiert jetzt bitte rauchen leute ich habe keinen rauch kann panzer abwärter ihn schicken wir aber auch nicht ja ist klar ich habe kein rauch jackson jackson bastards und flushing hat nur ein zieger hier ist die katja jetzt so ich habe fast also hier warten wir dann unterwegs siehst du hätte ich jetzt wäre jetzt zum beispiel mit der tiger überlebt hätten wir das hat ich habe ich habe Brust überfahren ich habe Brust überfahren ich habe Brust überfahren ja ich weiß es ist möglich es ist zwar eine seltenheit aber es ist technisch nicht möglich ich weiß nicht oh fuck lol alles abgeprallt alles am tiger abgeprallt alles am tiger abgeprallt Oh Gott, ey. Hier fährt man wieder ein bisschen nach vorn. Wunderschön. Panther, drei Sterne. Ja, soviel zum Thema Lame, ne? Lame. Lame. Komm hier. Achtung, Katja. Die kommt einfach raus. Ja, das ist ein Weg, Dreck von dem Buch. Oh, fuck. Da war ich mit dem Zieger sehr offensiv. Oh, ich weiß warum. Ja, so Lame. Ja, voll am verlieren. So Lame. Oh, fuck. So much lame. I'm dying of nameness. Ich hab wieder gelesen. Ich hab wieder auf der Feind. Ich hab wieder gesagt, mh, easy. Und dann so, oh, fuck. Ich hab wieder gelesen. Auch an Glück, ja. Guck mal, da ist das so. Cusi! Und hallo, ja, der dritte Jäger auf dem Feld. Du hast echt nie Glück mit den Elis, ne? Ich hab jedenfalls gesagt, wir sind nach oben, Chef, wenn jemand sagt, ich kann trotzdem was. Mh, alles in die Mitte. Alter, du sollst zurück, du sollst vorfahren. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, ich schitt auch mal an der Polizid, auch an der Jagd nach vorne. Alles vorne. Irgendwas, auch ein bisschen nach vorne, bisschen. Oh, fuck. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Blitzkriegsos raus. Jo. 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 das ist so toxik ja schon lange keine abgekriegt mehr und das staut sich auf was weiß ich master chief panzer also mein gmg hat sich diese runde echt bewährt muss ich sagen autos fünf stelle trocken nein fünf stelle trocken verloren nein mein drei sterne wie kann es eigentlich sein dass ich jedes mal so perfekt klicke dass ich sachen bemanne die ich gar nicht bemannen will geht ja zweimal schon hintereinander habe zweimal einen pakt bemannt obwohl ich sie gar nicht bemannen wollte also in diesem moment nicht die die hier werden klaus und überlegen hier wird der vorliegen mit ich glaube da Da! Alles down. Er hat den Renshaut. Hat er Renshaut? Nicht Miner. Ne, meinen nicht Renshaut. Ich hab halt in seinen Umfeld... Sein Käpt'n hat uns angelaufen, hab ihn mit dem MG eingetürt. Danach hab ich mit der Kanone einen weiteren getürt. Einmal von ihm. Und zum Schluss nochmal mit dem MG eingetürt. Das kann ich jetzt. Von... Von grad wie so. Von wie so Hoffnung hat. Ernsthaft, du hast ne Stuka-Bobbe für das Loch verwendet? Ja. Welches Loch? Ist denn das Loch für den schönsten Graben? Also so langsam wird's doch ein bisschen echt arrogant. Nicht arrogant. Ich sag mal... Speziale Benutzung von... Sonder-Einsa... 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 Ich spiel jetzt mit und mein Essen. Was will er? Was machst du da? Den Pershing. Mein Pershing. Ich hoffe, dass du verrenkt er jetzt. Die T-Shirts sind nie drin. Ich spüre manchmal nicht, wenn mein Essen zu mir kommt. Ich spüre es. Ja. Und eben die ganze Zeit nur am Heulen. Nein, das wollte ich kapitulieren. Nein. Warum lacht ich? Ich versuche, einen Tipp zu geben. Das ist ein Trottel. Ich kenne solche Spiele. Das sind dumme Menschen. Die raffen das nicht und versuchen ihre Unsicherheit und Toxigkeit hinterher zu verwerfen. 10% mehr in der Range als ein Feuer wird gebetatet. Was du machst, ist, du schickst Infantiven vor. Die scouten auf und die Schuss in Klasse vorbefährst. Nach 4 Sekunden lässt du wieder vor, weil du danach nachladen machst. Und so machst du einen Schritt für die Schuss in Klasse. Die schaffst du den Klasse. Da kommt noch mit sich was. Wo? Oh. Wo? 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 hast du es ja doch ein aber naja weil das hat zwar jetzt zwei sterne aber kommt er doch aus da kommt noch aus jetzt der ist rausgekommen er hat echt unglaublich glück wo ist eigentlich deine pios die ganze zeit was ich nur sterbe pios ja komm ganz ehrlich die sind so hart am der ist hinter ihm hergefahren was erwartet deine pios sind so hart im reparieren und es interessiert ich ja von scheiß meine ganze zeit half live ich meine nicht das spiel glaubst du dass das in ordnung dort was ich will ein bisschen satz in die bunte streuen lass den mal lass den mal ja ok so geht auch so genau ich will halt ein drei sterne tiger bis dahin spiel ich gar nicht pfff heiwoll ok ok viel spaß du mal ein schönes fleckchen ah ah du schießt auf meine kattu oha hallo ich werde geschossen genau jetzt verlesen noch den tiger ne nein die dinge verliere ich nicht sagst du her und hat ihnen echt was verloren wenn die dich nicht jetzt nachschessen wird wer der tot alter hast du luck alter die kunst ja hast du die ganzen Paxi auch mal nachbauen das ist doch der typ ist doch das war der ja das ist der ganze typ raged das war jetzt gut so jetzt habe ich noch ein bisschen fresschen ähm panthers max level ok sieger hat noch ein mögliches level ja gut dann fahr ich mal rein meine packen perfekte ich will zwar das level aber ich will die nicht sterben sehen ich krieg mein level nicht viel zu viel schaden ja ist klar mit jagdpanzer auf jeden fall ich habe das für dich vorbereitet und du willst du jetzt die lorbeeren holen was bist du ein vereiner scheiße ich habe für die mann ich dort wirklich die lorbeeren ich habe den eigentlich sagt fahr weg und der genau jetzt gibt es die magische park los magische park das hast du bei mir auch magische park töte den könig ich habe leider mein ganzes level verloren wir haben aber ganz ehrlich wenn wir alle ehrlich sind das liegt nur daran dass wir das spiel es wäre schade ist eine katze ja ich weiß nicht so ein paar splittergranaten wir wissen wenn wir jetzt anfangen uns gegenseitig zu beschließen dann gewinnen doch am ende gewinnen also es gibt tage da gern aber ähm ne nicht bei so einem toxiker player nicht bei so einem toxiker wir hatten ich weiß nicht wir hatten wir hatte ich mit dir gespielt fest wo wir glaube ich vier leute gehabt hatten und wir zwei leute hatten die arty stellung gebaut hatten und wir hatten dann einfach der konzentriert sich echt noch der kraft nicht dass das spiel im prinzip vorbei ist und wie das jederzeit wenden können müssen alle nur mal gleichzeitig in deren basis reinfahren und das wäre ich will auch mal credit zu bekommen kommt schon zu länger danke ich kann die ganze zeit ressourcen mäßig ist das kein problem das ding wieder aufzubauen das ist heute nur nervig so kommen jetzt da noch mal ein bisschen konzentriert ein bisschen konzentrieren glückstiger dings schon gerne max level haben da ist dein könig mein tiger max level haben das ist nur noch ein klein halber stern muss ein dummer wo kann ich ihn zuhören aber das noch eine geschützte art das ist wieder die teil von jackson da stehen ja noch 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 jetzt kriegst du wieder packt aufgebaut jetzt kommen die magischen pakt die pokers so jetzt bin ich mal wieder ran ich bin mein stern ich bin so kurz davor nicht über 9 reparieren ich bin ein stern das ist da schon jetzt ich brauche fast den dritten stern aber auch fast tot ja weil die hat die ganze zeit nur noch pack zu brauchen du machst mir jetzt nicht die gute alte munitions kann ja sein dass er nichts anderes baut außer das ding du hast ihm sogar eins geklaut ich will die werden uns gleich mit patte überrollen nein könnt sie nicht sie haben doch keine ressourcen was kriegen die denn kriegen das basic so lange wie wir mit dem umspiel haben die die kassusen das ist ein nettes bild hier wieso ich kann dann die ihre die punkte man und alle gerade rauskommt ausgehandelt quasi das das ist nicht mein sternefarming und ich getrutsche ich hier mach nichts mehr hoffen dafür dass der jetzt den punkt der aber warte mal soll ich irgendwo noch warte mal Fuck, da kommt was. Da sind so viele Pucks. Ja, echt nur Pucks. Ich will gerne Pucks. Komm schon. Du hast ihn doch fast. Du hast fast den Stern. Mann. Oh, ich sehe was. Oh, Junge. Wo ist meine Puck eigentlich? Da ist sie. Oh, High Speed. Was willst du denn da hin? Los, zerstört ihn. Zerstört den Tiger. Zerstört den Tiger. Ja, jetzt hat er. Und jetzt stirbt er. Das wäre so genial. Was passiert mir? Das kann jemand nicht passieren. Junge, das ist so passiert. Das ist das Bitteste, was passiert. Ja, ich hab das erreicht, wenn ich will. Das ist so. Das ist so. Ich hab das erreicht, wenn ich will. Alter. Das ruhig, das ist meiner. Hm? Ich dachte, jemand. Wir sind bereit zum Einsatz. So. Wir hätten so einen Mörser ranbringt. Ja, klar. Mörser hier. Fetz-Prost. Ah, du brauchst die Pair. Ich brauch die Pair. Ah, Fetz baut sich unten schon eine Linie auf. Fetz. 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 Ich helf dir da mit dem Stachydraht. Ich bring den Pair. Äh. Was ist das? Und dann. Und dann. Oh. Fast gecapped. Ich hab's fast gecapped. Tut mir leid. Ich hab fast ge... Alter. Ja. Oh, danke. Mal zu schnell. Ah, fangen wir jetzt an. Ja. Ja. Ja, mein Zieger ist im Prinzip der Fall drei Sterne. Alter. Was ist denn das? Wieso kann ich das nicht bewompen? Danke. Wenden lass mal bitte. Nein, noch ne. Bitte ne Minute. Bitte ne Minute. Oh. Nein, ich brauch noch ne Minute. Sowieso. Hier, hier muss der zweite Stachydraht aufgezogen werden, wo die Panzer nicht durch können. Da fehlt eigentlich noch Panzer. Hier, Panzersperren fehlen dann. Ja, da haben keine Panzersperren. Außer mit dem eigentlich immer dann. Hat jemand Aufklärung? Ja, wohin. Fetz. Kannst du mal kurz die drüben hier gehen? Einfach mal gucken, was bei denen so steht. Ein bisschen gucken. Ein bisschen... Ich... 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 Du musst mit der Kraft ein bisschen was aufbauen. Und ich muss einen King-Tigern noch mit 50 Sekunden ran holen. Dann können wir die... Dann können wir jetzt gerne machen. Wollen die mir jetzt einfach da noch was nehmen? Was machst du da? Oh, ja, ja. Nein, jetzt sagt ich, dass mein Tiger stirbt. Also meine Panzer sind grad alle viel zu lowlife, wenn ich das anmerk' darf. Ey, zuh erledigt. Ich suche dich. Russa, Russa, ich suche dich. Also ich sperre uns grad ein bisschen aus. Nein! Ich meine SDR schläft ja. Überhaupt nicht, nein, nein. Aber wie könnten wir nochmal all setz? Äh, Shift und Enter. Ja, das ist jetzt zu... Oh man! Was war's? Ähm... Continue playing. So. Jetzt baust du weiter, oder was? Ja, ich baue das Ding erstmal weiter. So, okay, gut. Kann ich bitte reingehen noch in die Runde? Ja, ja, ich bin auch noch drin. Oh, jo. Das macht halt die KI jetzt, ne? Ja. Das liegt aber auch jetzt ein bisschen, oder? Ja, ja. Außerdem, du siehst halt sowieso jetzt alles. Vor allem die KI baut sich halt jetzt wieder auf, ne? Guck mal, er schreibt das noch. Los, los. Müssen wir ja was. Eisenbahngeschütz bereit und geladen. Setzen Sie weiter unter uns. Schämen unter uns. Sie angenadieren. Reiben Sie an. In einem Wunder. Das schaffen wir nicht. Alter, wieso schafft ihr das nicht? Das MG steht ein Sekündchen vor euch. Komm schon. So. Sieger ist wieder voll. Wo ist dein König, Master Chief? Warum? Ich will mich jetzt in deren Basis hocken und meinen Arsch auf deren Gesichtern reiben. Park Battle. Ernsthaft? Wo ist der F-S2 bei mir? Ah, da ist es 26. Oh Gott. 24. 34. Da fährt noch ein Fahrzeug. Du baust einfach da unten noch weiter. Ja, wie gesagt. Hauptsache, Bauern, ne? Bock der Baumeister. Ich finde es ja schon lustig, dass das ja im englischen Bock die Bilder heißt. Ja. Wir verschwinden hier. Team Tiger bewegt sich. Angeist. Aber auch gute Wege. Boom. Ich weiß gar nicht, ob... Ich weiß gar nicht, ob... Die KI müssen eigentlich noch aktiv sein. Warum tut die hier nichts? Tut schon was? Ach, jetzt hat der andere Typ das jetzt auch verlassen. Kann ich jetzt eigentlich... Ne, in deren Basis kann ich immer noch nicht ballern. Also bei mir steht die Hälfte der KI einfach nur durch. Ne, ich glaube, die ist nicht mehr aktiv. Schade. Die reparieren noch Minuten durch. Oh, guck mal, was ich gefunden hab. Oh... Tschüss. Bäudt. Das números wie heute gehen. Ohib. Bäudt. Bäudt, bezihte jetzt klein. Bäudt. Bäudt. Superboot... Es… Ich mach mal echt, das ist so... Ekelhaft. Bäudt. Bäudt. ein Tiger in die Luft geflogen ist. Wie scheiße kann man eigentlich sein? Ja, geht. Also ich will mich in deren Basis setzen. Jetzt hör auf mich zu beschießen, Trottel. Machst du willst die Runde zu schnell bänden? Hm? Was für Runde zu schnell bänden? Die Runde ist vorbei. Nee, 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 sie kommt wieder in O&M. Alter, nee, ganz ehrlich, werf dich gleich vom TS. Für eine Woche. Super. Bam. Wo fährst du mit deinen Zingern hin? Du Panter. Ah. Ey, cool. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen... Nein, 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 wie ich... Belohnung ansehen. Match beenden. Ich hab mal kurz was vor. Nein, ich mach den... Guck, guck, guck... Ja, warte, ich mach hier noch... Wieso hab ich jetzt Black Screen? Ach egal. Also du, viel Spaß. Warte, wenn Nona jetzt draußen ist... Auf zum T-Shirt. Ey. User in your channel was banned from the server. Ja. Ich hab's ihm gesagt. Das hat mir ja schön live in der Aufnahme, ey. Oh Gott. Ich hab' den danach gut zerstört. Hm? Ich hab' den dann halt gut zerstört. Ich hab' den danach gut zerstört. O man. Also, ich leiten euch ein kleiner Screenshot zu hoffen. Sie sieht's geil aus. Abreißer-Tiger. Also ich kann, man kann die KD, doch, die ist nicht schlecht Vor allem der der, der so hart rumgeheult hat von denen, der wäre der schlechteste Spieler von denen Ist ja schon irgendwie bezeichnend, ich weiß es nicht Ich hab doch, ja okay, drei Panther verloren, einen Tiger Ja, das Blöde war, der Tiger war halt genau dann als er seinen dritten Stern hatte Oh Gott Oh Gott Wirst du wieso Ja, okay, wow, dass der Pio-Trupp kaum um Effizienz hat, das ist klar, wenn er die ganze Zeit nur am Reparieren war Ich hatte schon ein effizientes MG und eine schöne Effiziente Alter, Spiele Panther, langsam vor, von langsam vor Achso, du bist immer noch in der Runde Langsam, nein, nein Gerade, gerade, gerade Stopp Perfekt Machst du das jetzt wirklich alles nur für Screenshots? Jopp Ich hätte nicht mal viel übrig geblieben sollen Oh Gott Okay, gut Ich hatte noch überlegt, den Bann aufzuheben, aber nö Nö Warum warst du das schämen? Der hat mal einen Tiger in die Luft gesprengt und ihn dann geklaut, weil er anscheinend nur unbemannt wurde Oh Ja Leider hat diese Wirkung vom TS nicht mehr die wie früher, aber das, was ich machen kann, mache ich wenigstens So Und das waren die Schlussworte für diese Folge Ich hoffe, euch hat es auch genau so viel Spaß gemacht wie mir Oder uns Echt? Jetzt weiß ich, was das nächste für schwarze Krügel sind Was waren die denn? Das war vom Spreichort Ich hatte hier noch einen Spreichort zum Fliegen Und anscheinend hat sich hier ein bisschen was irgendwie verteilt Ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist, aber gut Egal Tschüssi Ciao